Stinkt normal, das klang genau aus, alles gut. Mäh. Den Kittel konntest du schon ein bisschen mehr zumachen. Oh, ich hab mich gerade erschreckt. Oh, ich dachte, was war das? Kamera, schreck mich doch nicht sooo. Stinkt normales Krankenhaus. Lade, da, da, da. Hallo. Oh, shit. Nein! Ja, ich hab's schon kommen sehen. Ich wollte mich hier noch rumsehen, aber... Nee. Nee, 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 hier bleib ich nicht lange. Wenn hier ein Sammelgegenstand ist, hol ich mir ihn später. Nein! Es ist tricky. Auf ein Sieg ist es einfach. So. Speed run. Nein, bleib. Bleib. Bleib bloß da. Alter. Nicht jeder kann lebendig werden. So ein bisschen beruhigend. Ach, du Scheiben. Boah, was ist das für eine Birne? Nein! Das sind zu viele. Ruhig, 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 ruhig. Alle ruhig. Alle Ruhe miteinander. Ganz ruhig. Chillt weiter euer Leben hier. Geht in Behandlung. Oh. Wehe, du machst die Tür auf. Okay, da kann ich hin. Was will ich da hin? Ich dachte, Mone hat auf irgendwas reagiert. Aber deswegen ist ja klar, wenn die hier alles zumauern. Wenn die solche Patienten hier haben. Nee, macht das schon an. Die brauche ich. Wenn hier wieder was abgeht. Schnell, bevor wieder was passiert. Mono, kennst du die Bedeutung von schnell? Ich kaufe dir gern zu Weihnachten einen Duden. Okay, da ist nichts. Das Auge ist echt überall. Aber es gibt ja auch kleine Hinweise. Den Käse nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, ob ich in der Nähe vom Ofen bin. Und ob ich den da reinwerfen kann. Soll ich hier hin? Mach mal kurz mit Taschenlampe. Ach, das ist natürlich okay. Ich sehe halt kaum was. Ja, hier hangt einer. Ja, hier hangt einer schon lange fest. Ich höre Mäuse. Ich höre Mäuse. Hihi, Einspruch. Ja, das Auge ist manchmal echt hilfreich. Und gleichzeitig auch... ...eins dieser komischen, fetten Phantome. Beides in einem geschafft. Sehr schön. Ich sollte mehr auf dieses Auge achten, ob es tatsächlich immer Secrets gibt. Kann ich da rein? Okay. Weg, weg. Jetzt habt ihr mich bekommen. Jetzt habt ihr mich bekommen. Weg, 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 weg. Na, geh doch weg. Dankeschön. Lichtschalter, ja. Licht ist gut. Die Dusche. Und Seife. Kann ich mal diesen ganzen Dreck abwaschen? Ist das ein normaler Weg oder ein Secret? Ich denke, da rechts ging es ja weiter, gell? Zumindest ist da etwas. Dann schaue ich erstmal hier links rein. Das war ein bisschen versteckter. Na, komm schon. Na, komm schon. Ah. Alter. Warum ist es überhaupt eine Badewanne in der Gummizelle drin? Kranke Kinder, jo, klar. Hier ist alles krank. Ich denke, das Achievement heißt sogar schon, dass ich... alle, alle von diesen merkwürdigen Dingern gefunden habe. Das heißt, es müsste nur noch eine Maske fehlen. Dann sollte ich alles haben. So, einmal die Seife, bitte. Bitte bade einfach weiter. Und du guck ihm einfach weiter zu. Das ist gar nicht ververs. Kann ich dich benutzen? Okay. Nicht so zumindest. Vor allem, ich komme ja aus dem Regen. Eigentlich will ich endlich mal ins Trockene. Okay. Wie geht es hier weiter? Vor allem Six ist wieder so lange weg. Ich mache mir Sorgen um sie. Jedes Mal, wenn ich nicht da bin, macht sie irgendwas komisches. Ich habe so ein... Gefühl, ich habe einen guten Einfluss auf sie. Hm. Hat ihr mal eine Idee? Ich stehe mal wieder auf ein paar Schläuchen. Beziehungsweise die Kiste kann ich ob ich mitnehme, oder? Ich denke schon. Komm gleich wieder. Die ist doch nicht hoch genug, oder? Oh, ich kann es auch nicht mitnehmen. Nein, es hält mir aber nicht. Ich muss die hier mitnehmen. Nein. Soll ich die hier mitnehmen möchte? Echt jetzt? Irgendwie bezweifle ich, was ich hier mache, dass es richtig ist. Und es geht zumindest ein Stück voran. Nee, das kann aber nicht richtig sein, was ich hier mache. Nee, hier spätestens hört es auf. Okay. Da hört es spätestens auf. Hmm. Hm. Ja. auch nicht auch nicht ganz wenn ich auf seinen Stuhl könnte, wäre alles erledigt aber auch nicht auch nicht auch nicht aber auch nicht Vielen Dank. Ich wusste es doch, dass es hier nicht so unscheinbar ist. So, jetzt schnell, 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 schnell. Mach das Licht wieder an. So, jetzt lässt er mich in Ruhe. Und ich kann seinen Stuhl nehmen. Vielen Dank für deine Mithilfe. Danke, danke. Hier ist aber wieder kein Licht. Hier kann sich jeder Mist bewegen. Ach. Das ist doch hier nicht mehr normal. Ich sehe es ja nicht mehr. Ich höre es nur. Das ist das Vieh, gell? Ja. Ah, toll. Oh, toll. Oh, toll. Das sind ein paar viele. Okay, ich wollte sie nur auf dem Haufen haben. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich renne jetzt einfach durch. ist mir egal ich renne durch ok das geht nicht das geht sowas von netz ich leuchte euch alle ein fertig toll der erste kommt ja von da das problem ist ich darf auch nicht genau neben denen stehen weil sonst kriegen sie mich ja mit einem handgriff ja und ich habe sie nicht so kurz anleuchten kommt mal her euch zwei habe ich damit unter kontrolle was wollt ihr eigentlich von mir weiß der jäger sein motiv habe ich noch halbwegs verstanden die lehrerin ok aber puppen ich meine ich sehe aus wie ein knuffiger teddybär aber trotzdem nein leuchtet ihn an ja die zwei machen mir immer probleme er kommt bei alle her boah ich sehe gar nichts mehr hallo ach so die machen sich gegenseitig schatten deswegen was aber ich habe damit unter kontrolle gebracht was sind leider nicht alle wie soll das gehen ich muss durch rennen fertig was wollt ihr von mir in diesem kranken laden das bringt gar nichts okay naja das war das war nichts ich habe irgendwas komisches probiert zu rennen kamera und dies ist das jenes das ging in die hose ich bin froh dass diese erste puppe sich nicht bewegt nein 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 oh nein ok naja es war soviel ich sehe auch das prinzip gerade als deswegen ich habe keinen plan wie man dadurch soll nein nein das sind zu viele auf diesem haufen also ich vielleicht sollte ich die anfang ja doch austricksen vielleicht sollte ich das nur ein paar mal machen ich habe mich aber nur zwei unter kontrolle aber kommt schon der nächste schwein schon ja komm doch alle hier komm doch alle hier ruhig komm doch alle ruhig hier komm doch alle ruhig hier ja 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 den darf den habe ich gewartet jetzt habe ich sehr viele da unter kontrolle aber es kommen halt noch viele ich habe so viele unter kontrolle kommt schon mach den raum ein ende schlimmste schlimmste albtraum ever hier habt ihr einen ball zum spielen medizinball toll den wollt ihr nicht haben das ist so ein alter traum den will ich nie haben das ist so ein alter traum den will ich nie haben das ist so ein alter traum der ich habe das ist so ein alter traum der